Hallo und herzlich willkommen hier zurück bei einer neuen Folge von Let's Play Minecraft K.S. Gut, wir werden jetzt ein Chisil und ein Hammer bauen. Wir fangen einmal mit dem Chisel, der ist nicht richtig leicht. Und der Hammer, der ist ein bisschen komplizierter, ich glaube der geht so. Nein. Also ähnlich. Ne, nicht so ähnlich, aber egal. Kann man das Hammer? So, ich glaube es geht mit dem Hammer, ich bin mir jetzt aber nicht sicher, das sehen wir gleich. Ja. Okay, mit dem Hammer mache ich alles noch schlimmer. Der hier hin. Und der, nein, da muss ich jetzt auch umwandern. Nee. Ich habe eine Idee. Ja, warum ist das denn schief? Oh ne, jetzt werde ich vergessen und uns ändern. So. Ach komm, das geht's noch nicht. Was ist das denn? Der wird immer gleich gesetzt. Das würde aber funktionieren, oder? Ich glaube schon. Ach, was mache ich denn überhaupt? Lol. Das ist ja total blöd, was ich hier mache, ja. Das wird ja nur ein zweiseitiges Dach. Total bescheuert, ja. So, Stopp oder Resetten. Dann habt ihr ein bisschen längere Folge. Wie letztes Mal. Ich weiß, unten. Nee, aber nicht so weit unten. Jetzt brauchen wir Carpenter's Blocks und Sticks. Aber ich habe ja glade. Äh, glade. Ich habe glade. Gerade. Hier ein neues Zeug geholt. Deswegen darf das alles hinhauen. Einmal Carpenter's Blocks machen. Am besten ohne irgendwelche. Ähm. Na, ist klar. Sticks. Oh, ich brauche noch viel mehr Sticks. Viel mehr, viel mehr. So, die passen nicht zusammen. So, 38. Mal gucken, ob das reicht. Noch mal kurz. Zack. Kommt. Zack. Ich glaube, den Boden mache ich aus dem Holz. Das ist ganz nett. So, jetzt habe ich ja noch den Schüssel, ja. Ich habe jetzt zum Beispiel. Hier drauf gehen. Und jetzt verändert sich der Block. Ganz wirklich einiges, ne? So. Also jetzt hier natürlich ist das noch nicht so krass. Ich war bei diesen. Aber es gibt da noch ein paar Blöcke da. Ist das echt geil. So. Dann kommt's. Meine. Mein Zeug da. Hier kommt die hin und den Ofen. Ja, es wird alles hier spärlich eingerichtet. Was alles daran liegt, dass ich dann hier hinten noch einen Eingang zu meinem, ja, Labor haben werde. Und ja, da wird dann das eher kompliziertere Zeug eingelagert. Dann gut. Dann brauche ich. Dann brauche ich. Brauche ich, brauche ich, brauche ich, brauche ich. Habe ich alles. Nein, ich habe die Kiste. Ich habe die Kiste. Oh Gott, nein. Heute ist die Kiste doch. Ne. Da ist die Kiste. Hier ist die Kiste. Doppel. Platz. Doppel. Passt perfekt. Und hier ist auch noch eine drückste. Dann mache ich jetzt hier erstmal voraus die Kisten. Ach, ne. Das reicht. Gut. Zack. Und. Das ist die Erzekiste. Hm. Weißt du das sowas? Nein. Oder halt allgemein irgendwas, was mit Mining zu tun hat. Kommt da rein. Schade. Ich dachte, ich kann da vielleicht hoch. Aber das war nicht so hin, wie ich dachte. Ah, ne. Hier noch. Man muss erst. Erstmal hier alles einzutieren. So, Mining. Das ist Mining. Sieht scheiße aus. Das ist Mining. Das ist Mining. Ich muss doch irgendwo Holz haben. Eine Kiste. Hier ist Holz drin. Dann mache ich jetzt gleich nochmal eine Kiste. Ne. Ich brauche nur vier. So. Und die Kiste kommt natürlich hier unten rein. Muss mir auch nichts damit anfangen. Und kommt hier hin. Hier kommt alles Pflanzliche rein. Hier noch. Passt. Mal kurz hier noch eine... Eine Ion-Chest. Wie macht man die denn? Ja, ganz sicher. Ne. Die ist zu teuer. Das ist auch noch pflanzlich. Gut. Und dann noch... Ne. Hier ist noch was. Erstmal Erze. Ritzt dann und so. Nein. Das ist noch. Und... Sonst passt das eigentlich. Die mache ich mal zu Puppets Seeds. Das kommt noch rein. Das erzähle ich auch mal alles zu. Pflanzlich. Das war nicht pflanzlich. Da kommen wir oben. Oben kommt Pflanzlich hin. In die Mitte Farbstoffe. Und unten Tierrasch. Alter, hab ich viele Eier. Da war ich kleine Hühler am Anfang. Das ist auch noch tierisch. Aber mehr auf Monster-Ebene. Soll ich mal hier rechts hin. Und... Hier noch. Na, Schwarzpulver. Könnte auch noch so die Monster haben. Dann hätten wir, glaube ich, schon alles von... Nein. Wir brauchen noch Zombie-Fleisch. Dann haben wir alles. Ananas. Bambus. Bambus. So. Und das ist das bestehen, damit das wieder nachwachsen kann. Dann dürfte bekannt sein vom Zuckerrohr. Warum habe ich das jetzt gerade mit der Axt kaputt gemacht? Was weiß ich. So. Ähm... Ist klar. Dann... Hier. Die Gäste abbauen. Ich bin gespannt, wie viel da drin ist. Ach, das geht ja nicht klar. Läuft. Da ist sogar noch ein Platz frei, ja. Richtig premium. Hier kommt Holz und so hin. Das wird nicht zu essen. Äh, nicht zu pflanzlich. Obwohl Holz auch pflanzend ist. Ach, das ist mehr so Hardcore-Pflanzen, ne? Ist klar. Hardcore-Pflanzen auf jeden Fall. Ach, ich kann einfach alles ein, wo ich sonst nichts anfangen weiß. Ich mache mir sowieso früher oder später ein Lagersystem. Das kommt alles woanders hin. Das, 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 das. Das sind auch woanders hin. Das. Das kommt hier mit hin. Das kommt hier. Das, 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 das. Das nicht. Und... Jetzt dann kommen wir hin. So. Gut, dann... Dann, 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 dann. Okay. Warum wir am Haus weiter? Das ist in der grünen Kiste. Genau. Und zwar muss ich jetzt die Kisten hier wegschaffen. Damit ich... das Dach hier machen kann. Zack, 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 zack. Und ich muss jetzt auch gleich mal hier paar Screenshots machen. Damit ich für die Folgen was habe. Das habe ich nicht wieder die ganze Zeit vergessen. Das gibt es nicht. Ärgerlich. Ärgerlich. Ach, da sind wir Treppen aufgebaut, okay. Sieht nur nicht so aus. Wie die Blöcke mir erst rumbacken. Also wir haben noch nicht mal alles, okay. Der ist falsch. Der ist auch falsch. Jetzt passt er. Oh, ich dachte gerade, ich wäre schon wieder out of... Wedge Slopes. Bin ich aber nicht. Ja, und man sieht, dass es sehr, 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 sehr holzfressend ist. Sehr, 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 sehr. Sehr, 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 sehr. Ja, sehr ist ein cooles Wort. Nein, was mache ich denn? Was ist denn? Ist klar. Das reicht. Mehr kriegen wir sowieso nicht zusammen durch die Sticks. Oh. Da hatte ich das Ganze gut unterschätzt. Bescheuert. Aber ich will jetzt auch nicht mehr das Rohholz anbrechen. So, kommt hier. Wollt diese Teile hin. So. Oh, ich werde noch viel mehr von dem Zeug bauen. Das nehme ich hier so. Wie ihr seht, habe ich vor, dass das von innen auch so eine abgeschrägte Fläche ist. Und das heißt, das wird extrem viel Rohstoffe fressen. Kann ich da pflanzen? Fackeln reinpacken? Nö. Der und der kommt noch weg. Da konnte ich fackeln, ne? Nee. Nee. Nee, 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 nee. 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 So, mein Schrift. Und das können wir bis nach da oben fortsetzen. Och, das ist geil. Das kann echt einiges. Alles kann das. Ach so, ähm, was haben wir hier dann noch bei? Äh, Carpenters. At mod. Carpenters. Die Tür, wo ist die Tür? Was ist das denn? Oh. Da ist die Tür. Okay, einfach wie in der normale Minecraft-Turm und nur mit Carpenters-Blocks. Aim-Tür. So, erst mal hier. Und damit. So, und dann hier das und hier die Sticks. Damit ich hier auch gleich noch ein paar Lobs hab. Genau, noch kriege ich sie. Äh, warum hab ich jetzt Carpenters-Tor? Ach so. Oh Gott. Ich dachte es gerade echt, ich hab die Ausweisung gecheatet, ja. Ich weiß zwar nicht, wie das funktionieren soll, aber... Wer weiß, was ich alles hinbekomme. Oh, hab ich an Glück, dass ich noch genau einen davon hab, ja. Und davon auch. Oh Gott, ich hab so unglaublich Glück, ja. Genau, Buch komm erst mal runter. Ist ja gut. Muss ich mal wieder beruhigen. Beruhigt dich. Ähm. Oh Gott. Äh, ja. Dann lass ich die mir unterhalten, das... Muss ich mich jetzt nicht unbedingt dann beteiligen. Kann ich da oben ein Schild dran machen? Gibt's Carpenters-Schild? Hm, sieht nicht so aus. Was ist das denn? Oh, Carpenters-Button. Oh, das ist alles so praktisch, ja. Ich weiß alles ziemlich prämisch, was es hier gibt. Und ich hab ne Idee. Ich würde immer sagen, wir machen das Ganze zweistöckig, aber so Miniatur zweistöckig. Das heißt, der oberste Stock ist einfach nur richtig, richtig klein. Ich will nicht wissen, was ich meine. Dann würde ich eben hier... ...ne gerade Linie drüber ziehen und dann... Ähm, ja. Das wär dann halt der Boden von der nächsten Literage. Aber ich brauch noch kurz ein... Äh, warum hab ich denn die Tür noch nicht eingesetzt? Ähm... Tür, die Tür, die Tür. Was müssen wir machen? Ähm... Hm... Ich glaub, das passt schon ganz gut. Wenn wir jetzt hier noch irgendeine coole Holzsorte finden, dann... ...was ist das auch... Was sag ich denn hier noch drin? Kann ich das hier reinpacken? Ne. Äh... So was kann ich aber drüber packen, oder? Kann ich das drüber packen? Nein. Mit... Lianen geht sowas auf jeden Fall, damit er das so ein bisschen... Äh... So ein bisschen alt aus demnächst, sag ich mal. Wird ich auch auf jeden Fall benutzen. Ne, ich war Holzsorten, guter Holzsorten. Holzsorten. Nup, nup, nup. Na, ob ich glaube, gar kein Holzsorten, ne? Ja, dann wird das jetzt erst mal so bleiben. Wenn ich gute Holzsorten habe. Obwohl... Komm, ganz klassisch. Gut, dann... Dann, 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 dann. Mach ich hier weiter. So, hier, komm. Passt. Und wie angekündigt, kommt jetzt hier oben... Oh, was ist das denn? Ach, der Pressure Plate. Ich entdenke so viel Zeug. Das find ich voll geil. Nicht entdenken, sondern... Oh, sogar eine Fackel. Cool. Und eine Barrier. Ähm. Nein, das ist... Pflanzlich. So, und jetzt... Ähm, jetzt glaube ich aber auch, dass die Folge wieder zu Ende ist. Ja, ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Obwohl die Folge schon zu Ende ist. Ach Gott, oh nein, bitte nicht. Ich glaube, die ist jetzt viel länger geworden, als eigentlich geplant, ja? Aber es hat trotzdem gefallen. Ähm, ja, bis denn und tschö.